Das ist ein Wahrzeichen, das österreichische Riesenrad im Krater. Ja, das ist diese Richtung, aber da sieht man es. Ich habe wirklich eine bestimmte Show gemacht. Aber ehrlich gesagt, das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. Ich weiß nicht, dass es normalerweise nicht so ist. Nein, aber die wirkliche, die Organisation und die Arbeit, damit habe ich nichts zu tun, dass man Regine und Silke. Aber die Organisation und Arbeit, das macht Regine und Silke. Ich würde gerne einmal kurz applaudieren. Und es ist die Richtung. Bravo! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018